Ihr lieben Freunde meines Kanals, ihr fragt euch bestimmt, warum startet er jetzt hier und nicht da, wo er letztes Mal aufgehört hat. Hier bei Elden Ring willkommen, weil ich für einen Screenshot hierher gereist bin. Und bevor wir weitermachen, wie wir regulär weitermachen würden, möchte ich auf einen Zuschauerwunsch eingehen, nämlich einem Boss, auf den ich hingewiesen wurde, hier im Gebiet. Und da sage ich doch nicht nein, da sage ich doch, da schauen wir uns mal an. Ich muss nur schauen, wie ich da hinkomme. So, wartet mal. Ähm, generell, bevor jetzt irgendjemand sagt, was, dann hast du mich ja voll spoilern lassen und so. So, ähm, theoretisch ja, praktisch gesehen. Wenn ich ein Gebiet sozusagen langsam, aber sicher hinter mir lasse und ihr das Gefühl habt, in dem Gebiet gibt es noch was, was ich mir ansehen sollte, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Formuliert es dann auch gerne kryptisch oder so, wenn ihr sagt, ihr wollt mich jetzt nicht hardcore spoilern. Was ist das denn hier für eine Prozedur? Oh, Schmiedestein, eins, dreimal, dankeschön. Ja, hier saß ein jemand mit seinen Leuten. Jetzt sind sie tot. Das ist das Leben. Ähm, ja, wie gesagt, da wurde ich hingewiesen auf übrigens diesen Teil von Limgrave, den ich doch so gut wie gar nicht erkundet habe. Also hier bin ich noch lange nicht fertig mit Limgrave. Ich frage mich, ob das jetzt auch so eine Limgrave-Geschichte ist, dass Limgrave hier einfach so ein super Gebiet ist. Frage ich mich zumindest. Ähm, ja. Ich sage das ganz deutlich mit dazu, dass ich das aus den Kommentaren habe. Oh, Goldene Rune 5. Oh Gott. Ja, ich sage das ganz deutlich mit dazu, dass ich das aus den Kommentaren habe, weil ich, ähm, ähm, okay, weil ich nichts so tun möchte, als hätte ich mir das alles selbst, äh, erarbeitet, sondern dann bin ich dann ehrlich und sage, hey, Credits gehen raus an die Kommentare. Warum nicht? Ach, das sind so Bomben hier. Aber also die goldenen Runen, die ich jetzt hier gefunden habe, teilweise auch eine goldene Rune 5 dabei. Also das war schon nicht schlecht. Äh. Und auch die Schmiedesteine. Außerdem sollt ihr auch sehen, dass es was bringt, mir Kommentare zu schreiben, dass ich das sehr wohl lese. Und mich auch über diese Kommentare sehr oft sehr freue. So, hier müssen wir hin. Zum einen finden wir hier ihn. Mein Glaube ist unerschütterlich. Yes, you're a tarnished, through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts. All I know is the sword. Picked a few tricks in my time too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished, like you. Talente lernen. Ach, hier kann man so Kriegsaschen. Aha. Oh, Schnellschritt. Cool. There's a myriad of battle arts in these lands that I've yet to discover. Memento's of all the warriors who raised their arms in battle. Lost and died. A fine tale all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword. And the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle. To death itself. Not floating in your boat, eh? Well, there's no rush. Knowledge of the arts can wait another day. So. Da. Und jetzt, also ich hab das noch nicht ausprobiert, deswegen, jetzt muss ich, glaube ich, ähm, jetzt muss ich hier, glaube ich, warten. Bis in die Nacht. So, er ist jetzt immer noch da. Er ist immer noch da, okay. Hab ich mir meine Antwort hier in einem Fehler gemacht? There you are. Not floating your boat, eh? Well, there's no rush. So, okay. Hier stand, also da stand nur, man soll dann hier warten bis nächster Tag Mitternacht. Ah ja, und dann ist er weg. Ah, genau. Und dann kommt der Klangperlenjäger. Komm her, Klangperlenjäger. Ich bin hinter dir. Wow. Da bist du. Ja, ich will den eigentlich ganz gerne. Oh, fuck it. Ich will sein Schwert. Der Klangperlenjäger. Ja, den suchte ich. Kannst du mir was über den Klangperlenjäger erzählen? Nee. Okay. Aber nice. Okay. 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 Okay, jetzt ist er wieder weg. Wow, okay, ich glaube, den einfach zu kontern ist, glaube ich, okay, ist nicht so, also möglich schon, aber der macht ja auch eine Menge andere Sachen, dann zerhacke ich den jetzt einfach, dann wird er jetzt zerhackt, also man muss ja einfach hier nur zweimal bis Mitternacht resten, also bis er dann da als NPC nicht mehr da ist und dann kommt er der Klangperlenjäger, aber es ist schon eine coole Mechanik, den so zu beschwören. Ja, jetzt ist er wieder weg. Oh, der ist stark! Wow, krass! Der ist stark! Der ist stark! Aber ich mag seine Rüstung, ich mag sein Schwert, ich mag diese Blutkunst. Und ich mag es, dass es immer noch Dinge in Limgrave gibt, die ich noch nicht entdeckt habe, Kleidung anpassen. Ah, okay, man kann jetzt hier auch so Skins drüber ziehen, denn das möchte ich nicht. Skins drüber ziehen. Das möchte ich nicht Skins drüber ziehen. Boah, fuck it! Fuck it! Fuck it! Ja, zurückrollen ist echt immer eine blöde Idee. Ich hätte halt gehofft, dass ich ihn mal in den Blutungs-Debuff reinkriege. Aber wenn er so reingelaufen kommt, kann ich eigentlich hinter ihn gehen und kann ihn theoretisch, kann ihm theoretisch direkt einen Backstep verpassen. Also so rein theoretisch. Aber der ist schon, also der ist schon für mein Level schon ziemlich, also wenn wir so die anderen Bosse nehmen, die wir bisher so hatten, ist der schon ziemlich hart. Oh, damit hat das Spiel sogar gerechnet. Boah, zurück ausweichen, blöde Idee, Yuga. Oh, wow, diese Klinge, ey. Oh, diese zeitlich verzögerten Angriffe. Wow, da smasht er mich mit nem Shield weg. Hammer Typ, ey, Hammer Typ. Okay, also hinter ihn zu kommen, schwierig. Also gleich auf ihn einhacken, wenn er beginnt. Ja, und dann auch mal meine Wanderkumpels hier mitnehmen. Oh, kann ich gar nicht hier. Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen... Wow, diese Reichweite. Alter, diese Reichweite. Alter, diese Reichweite. Boah, Junge. Ha, ha, ha. Also der will's wissen, ey. Boah. Wow, dieses Schwert, ne. Das Schwert geht immer in meine... Also das ist immer so... Wahrscheinlich beim zweiten Mal... Ich glaube, das Schwert fliegt immer zu meiner Position. Also ich glaube, von ihm weg zu sein, gar nicht so schlau. Jetzt bin ich so... Äh, es so gewohnt zu gewinnen. Schon krass. Aber bitte schreibt mir keine Tipps zum Kampf in die Kommentare. Das heißt, wenn ich eine Weile verliere, animiert das immer manche Zuschauer dann so... Dann so Spielstil-Tipps zu schreiben. Bitte macht es nicht. Also ich bin seinen Schwerteam ziemlich gut ausgewählt. Ausgewicht, meine ich. Puh. 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 Aber es hat nicht gereicht. Ich werde ihn jetzt auch nicht unendlich probieren. Komm ich ja irgendwann später wieder. Aber cool, dass hier noch so ein Boss ist. Der ist ein Miniboss und der ist so viel stärker, wie viele Miniboss... Also eigentlich wie alle Minibosse, die wir bisher hatten. Vielleicht nicht wie der Bär. Aber der Bär, da war ich auch vom Level natürlich doch ein bisschen schwächer. Nein! Das gibt's doch nicht! Oh, was hat das Ding für eine Reichweite, ey! Was? 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 Also ich hab ne Chance. Wenn ich ihm am Anfang gleich dreimal mein Schwert über den Kopf ziehe... Dann kann ich halt auch noch nen Guard Break machen. und ähm also er ist auf definitiv machbar halt auf jeden Fall ein ziemlicher Bastard ich hoffe der gibt ordentlich Runen so hart wie der Kampf hier ist aber wieder ein schöner Tipp, dass ich den mal machen soll okay das ist safe was ist so blöd jetzt in diesem Ding auszuweichen ich komme ihm näher ich komme ihm näher boah Leute ey harter Kampf man kann ihn glaube ich beritten machen diesen Kampf ja ich darf meine Runen nicht vergessen weil dann sind sie irgendwann weg das wäre bei 6000 Runen schon schade wobei ich mittlerweile so ein paar Orte im Spiel habe wo ich weiß ich könnte mit einer Stunde farm so safe 30.000, 40.000 Runen farm oh hat diesmal nicht für den Guard Break gereicht jetzt hat es für den Guard Break gereicht aber schade 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 ja schade es die 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 das ist das ist salty aber man kann von hinten aber der kommt glaube ich der guckt mich immer an ich glaube ich glaube nicht dass ich den beten kann dass er obwohl ich will eigentlich gar nicht backstabben ich glaube die kombination die ich aktuell mache hier mit zweimal schwert auf den kopf und dann dreimal schwert auf den kopf und dann guard break das ist schon mit eine ziemlich coole kombination für den also von der taktik muss ich hier nichts mehr ändern die taktik sitzt das einzige was jetzt noch mit dran muss ist halt überleben und den killing blow machen das ist was jetzt kommen muss aber von der taktik her brauche ich nichts ändern war diese dieses schwert geschwingen aber wie gesagt also die drei die drei überkopf angriffe und der guard break am anfang diesen save und danach halt ja gut nachsetzen hab noch keine besonders gute idee was man da so machen könnte man kann natürlich so ein bisschen versuchen ums haus zu locken also auf freier fläche hat er mit seinen angriffen halt derbe den vorteil also vielleicht so ein bisschen versuchen das terrain für mich zu benutzen dass er nicht mehr so hart den vorteil hat was nein das spiel hat geruckelt nein würde spiel nicht ruckeln ja das war ein blöder try aber ich glaube die idee nach dem guard break noch einmal zu treffen und dann ums haus zu ziehen aber für einen zweiten guard break muss ich halt an ihm an ihm an ihm dranbleiben also den guard break kann man sich jetzt nicht über den kampf hinweg aufteilen der guard break kommt nur wenn man sehr viel schaden in relativ kurzer zeit macht aber ihr merkt so ich bin gerade heiß ne also ich habe am anfang überlegt na skippst du dem boss so ne ich bin jetzt heiß leute wenn es das ganze video dauert ihr sagt ja immer ihr wollt da die kompletten videos gucken dann guckt die kompletten videos und seht mich eine stunde stunde lang hier am typi und zwar gut schön mit dem kopf gegen die wand gehauen so jetzt muss ich jetzt muss es nämlich sitzen hier schön das terrain ausnutzen aber auch an ihnen rangehen jetzt war ich dumm ich hätte jetzt ansetzen müssen hätte zwei über über aber er verliert irgendwann meine 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 spur er verliert irgendwann meine spur also ich kann das ausnutzen es war jetzt eigentlich ganz gut weil er nicht gleich beim zweiten mal beim dritten schlag in den guard break ist und ich dadurch mehr schläge machen konnte also ich habe ihn dann wirklich ziemlich gut runter gebämmst hier es ist fast schon härter als der kampf äh gegen gegen ähm gegen margit wobei wie gesagt also ich mag es wenn ich weiß okay es liegt nur noch so ein bisschen am fein gefühl es ist kein so ein strategisches problem so nach dem motto ich weiß überhaupt nicht was ich jetzt tun soll ne ich weiß wie gesagt am anfang die überkopf schläge für den guard break so dann kommt noch der der konter ja das der war jetzt wirklich geschenkt wow 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 und der wird hier nicht durch wände schlagen ey nicht hier auf dem bogen wechseln ey nicht auf bogen wechseln so der verliert dann nämlich immer meine spur glaube ich genau der verliert meine spur aber ich habe angst dass er dass er halt nicht spawnt oh nein was habe ich gemacht was habe ich gemacht ich weiß gar nicht was ich gemacht habe so viele items habe ich auf jeden fall dabei ich muss ein paar items rausschmeißen manchmal ist es ganz gut dass er das habe ich bei sekiro irgendwann gemacht bei den kämpfen die items rausgeschmissen weil das so blöd war beim durchwechseln dann ständig irgendwo drauf gekommen zu sein ähm das war immer so blöd das habe ich dann richtig gehasst ne also deswegen hier bam 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 brauche ich alles nicht bei dem kampf weil sonst muss man so hart viel durchwechseln und gerade eben das war auch schon wieder so eigentlich hätte ich ihn gehabt so hm also eigentlich sind die kämpfe die sind die tries grad cooler wo ich ihn nicht gleich am anfang in den guard break also ne wenn ich seine wenn ich seine haltung durchbreche und dann äh zum ja stärkeren schlag ausholen kann das haben sie sich wirklich so ein bisschen schön von sekiro mit übernommen das war eines der besten features in sekiro man hat doch wirklich die zeit ne man hat wirklich die zeit man hat wirklich die zeit jetzt muss ich es halt hinkriegen weg 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 so alles nachladen oh er hat mich hat mich und das war's für dich so 2700 ruhen gibt es nur und die klang perle des knochenhändlers ja dafür dass der so schwer war hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet immerhin ich kann stufen ich kann stufenaufstieg machen aber ich hätte mehr erwartet ich glaube dass das das ist halt safe so ein kampf also ich glaube den soll man so ganz zufällig bekommen wird es dann wieder irgendwann wird es dann wieder so kleine hinweg geben in irgendwelchen dokumenten so nach dem motto ja sei zu der uhrzeit da und da oder so oder man muss halt zufällig auf ihn treffen wenn man hier nachts lang läuft also auf jeden fall eine coole mechanik alleine wie man zu diesem boss hier hinkommt und super dass ich den jetzt down habe ähm ähm war definitiv bisher einer der schwersten äh von den von den mini bossen sowieso aber auch generell einer der schwersten die ich bisher hatte sooo was haben wir hier hinten noch was macht ihr denn da hinten äh ich meine ja ich beende euer leben ihr fußsoldaten ich weiß ich bin jetzt schon wieder nur in äh limgrave unterwegs aber wie ihr seht gibt es ja hier auch noch dinge zu erledigen ja die hunde nervt mich hier gerade so ritter godrick ritter bein schutz der original echte bein schutz nur für ritter treten sie jetzt godricks armee bei das kann ihn oh gott hier ist ein heuballen ein heuballen oh mein gott leute besseres fleisch es ist besser als schlechteres fleisch tja und er dachte hier er schiebt hier nur ganz müde seinen dienst das dachten sie beide jetzt sind sie tot und hier ist ihr schatz äh bestien dreieck schild und da ist das schäuert ab und das ist eine die 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 So, wie viel habe ich jetzt eigentlich? Warte mal, von meinen... Ja, damit könnte ich, glaube ich, jetzt gleich nochmal... Oder brauche ich schon sechs für die Aufwertung von meiner Zwillingsklinge. So erklimme ich hier die Spitze... Und sehe da oben einen Reiter... Und denke mir nur... Weiter. Warte mal, hier ist doch... Ah, jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Wartet mal ab. Ein Dungeon? Ja, es ist ein Dungeon. Todberührte Katakomben. Ah ja, ein Skelett-Dungeon. Ein Skelett-Dungeon. Wow, Scheiße. Wo kamst du denn her? Boah. Das ist... Äh. Aber jetzt kann er auch noch zuschlagen. Hier, oder was? Fall um. Hmm. Von. Fast. Äh. Fast. 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 Oh, Shigatana. Hier findet man es also in der freien Spielwelt. Ja, man kann ja so gut wie alle Starter-Items nochmal irgendwo anders finden. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wow. Aber gut alle durchgearbeitet hier. 25 Pfeile, Dankeschön. Äh, Menschenknochensplitter, Dankeschön. So. Erstmal am Apparat ziehen. Den Boss triggern. Die Blutrose mitnehmen. Und dann gibt es theoretisch noch einen Weg da oben hoch. Doch. Et. Ent. Ent. Nein, theoretisch müsste es noch einen Weg da hoch geben, oder? Ja, da oben gibt es Items. Wenn es da oben Items gibt, gibt es da auch einen Weg nach oben. Oder ist der jetzt einfach runtergesprungen gekommen? Ich meine, machen die ja manchmal. Also theoretisch müsste es dann immer noch einen anderen Weg geben. Aber das kann hier wirklich alles sein. Ich spiele ja offline, also habe ich ja alle Hinweise ausgelendet, die mir dann vielleicht Geheimwege zeigen könnten. Ja. Ah, da oben führt ein Gang lang. Also theoretisch geht es da hoch. Also irgendwo hier oben muss es einen Weg geben, der mich dann auch da lang hinführt. Vielleicht hier hinten lang? Das ist hier noch so ein Weg rein. Ja, hier hinten lang geht das. Ah ja, schaut mal hier. Ja, komm, steh auf. Ich weiß, dass du es willst. Ja, ich will mir nicht nachsagen lassen, ich hätte diesen Dungeon nicht 100% erkundet. Aus diesen riesen Gegner aus der Entfernung. Ja, war aber nur eine Gräber-Haar-Lilie, die es hier gab. Okay, na gut, dann können wir jetzt auch weiter zum Boss. Wer auch immer hier über dieses Gebiet am Wacht, ich werde ihn herausfordern. Und dann habe ich auch in diesem Video zwei Bosse gelegt, was ich ganz geil finde. Natürlich wird erstmal schnell aufgeladen, weil... So, Boss-Kammer. So, Boss-Kammer. Den hatten wir aber schon mal. Oh, Assassinen-Purpur-Klinge. Ja, war ein kleines Bösslein. Oh, aber es gibt noch eine Truhe. Ich habe in diesen Räumen immer Angst, dass hier gleich alle aufstehen und ich hier alle Sklette töten muss. Todeswurzel. Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ja, ein altes Wurzelgrab. Wer wohnt hier denn? Der Wurzel-Peter. Hahaha. Da kommt er, der Jeter, der Wurzel-Peter. Scheißendreck. Ja, komm, Raya Lucaria, nächste Folge. Ich fange das jetzt auch heute nicht an, weil ich will das schon schön am Anfang mit Text und so haben und nicht hier so reingequetscht. Highlight dieser Folge ist eh dieser Klangperlentyp. Die Klangperle müssen wir auch noch checken. So, wartet mal ganz kurz ab. Ähm, die Klangperle... Klangperle... Wo abhängen die? Äh, da. Klangperle des Knochenhändlers. Die Klangperle eines unglücklichen Knochenhändlers. Erschlagen von einem Klangperlenjäger. Bietet sie Zwillingsjungferhöhlen in der Tafelrundfeste an, um Zugang zu neuen Gegenständen zu erhalten. Dünne Tierknochen und schwere Bestienknochen. Danke. Danke. Ähm, dann haben wir noch bekommen hier... Dieser Blutdorch sieht eigentlich auch ziemlich geil aus, ne? Kann ich denn den eigentlich nicht tragen? Ah, brauche ich ja Kahn für. Ah, ja. Okay, das Item, was ich bekommen habe von dem jetzt gerade, war auf jeden Fall dann... Ah, ja, hier. Oh, kritische Treffer regenerieren Lebenspunkte. Oh, verborgen. Verborgener Assassinedorch mit purpuren Flecken, kritische Treffer regenerieren Lebenspunkte. Dieser Glücksbringer wurde den dunkel schimmernden Klingen nachempfunden, die in der Nacht der Schwarzmesser zum Einsatz kamen und das Leben des ersten Halbgottes forderten. Klingt ja brutal. So, Tafel der Gnade. Also Tafelrundfeste. Oh, er ist weg hier. Oh, er ist schon weitergegangen ins nächste... ...Gebiet. Okay. Ja, also diesen Questlines zu folgen, ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Ich will deine Rüstung haben, sie sieht geil aus. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, jetzt kann ich hier halt das Zeug kaufen, wa? Ich will mal was gucken. Ich habe ja jetzt so einen Bogen, um eine Rune zu verstärken. Äh, so. Aber wie benutze ich denn den jetzt? Ich habe ja so einen Bogen jetzt. Nutzen. Ist jetzt meine Rune auf plus eins? Oder ist es wieder so ein Item, wenn man das jetzt so benutzt, wie ich es benutzt habe, hat man es scheiße benutzt? Warum? Oh, wow. Okay, ich gehe jetzt richtig ab. Okay, der Rundbogen, der hat richtig reingekickt. Boah. Ich habe in einem Stuhl festgesteckt. Das war mein Problem. Nö. Ich kann aber so ein Echo, glaube ich, dingsen, ne? Im Mausoleum. Ich brauche halt die Items hier nicht, von daher... Also eigentlich könnte ich das Ding auch eigentlich benutzen. Das mache ich erst später im Spiel. Apropos benutzen, ich habe hier noch... Oh, ein paar goldene Runen. Ah, fuck, das wird nicht reichen, ne? Nee, es wird nicht reichen für... Na, lassen wir das mal... Okay, Leute. Habt ihr mir was Neues zu erzählen eigentlich? Ah, hallo, da. Was kann ich für dich tun? Was ist das? Grüß dich. Sind Sie hier für spirit-tunung? Ah, ich könnte immerhin die Finger Insignia upgraden, aber das kann, ich will erstmal gucken, warum kann ich meine Zwillingsklinge nicht upgraden. Ah, er ist doch eigentlich der Upgrader für diese Sachen. Oder brauche ich da wieder einen anderen für die Zwillingsklinge? Oh, Kraft 25. Oh, stimmt, ich bin jetzt richtig stärker geworden durch den Lichtbogen. Ich glaube 19. Wow. Ah, wow, 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 wow. Arkan Energie 13. Ui. 32 Geschick. Oh, ich habe jetzt, ich bin richtig stärker geworden jetzt durch diese Rune. Hä, warum kann ich meine andere Waffe nicht verstärken? Bin ich jetzt gerade doof oder was jetzt hier? Was ist denn da los? Doppelklinge plus 2. Ach, man muss die angelegt haben. Achso. Ah, ich brauche aber ein bisschen mehr davon. Würde aber mal meine Finger Insignia gerne verstärken wollen. So. Ja. Da muss ich jetzt wieder farmen oder vielleicht mal irgendwann das mal zu kaufen kriegen, diese Schmiedesteine. Ja, okay, das hat sich, das hat sich richtig gelohnt. Guckt euch mal meine, mal meine Werte an. Wow, krass. Kann ich auch, kann ich auch diesen geilen Dolch benutzen mittlerweile? Wartet mal. Ein bisschen geilen Dolch hier. Oh ja, den kann ich jetzt auch benutzen. Oh, Vorsicht. Oha. Es ist halt ein Dolch, ne? Also. Jetzt bräuchte ich halt meinen Gegner mal zu testen. Oh, was haben wir denn hier? Ah ja, eine goldene Rune 2. Dankeschön. Oh, diese neue Kraft gefällt mir. Ja, müsste ich halt ab, müsste ich halt upgraden den Dolch, ne? Ah, sieht schon geil aus, muss man ja sagen. Sie ist schon echt eine geile Waffe. Egal, wenn er jetzt da so hockt und nicht weiß, was ihm geschieht. So, und die Power, die das Ding hat, hier seine Schuss-Power. Ah, die Reichweite ist immer nicht so krass geil. Okay. Aber, damit wir bei der nächsten Folge jetzt nicht wieder, nicht wieder einfach nur, ähm, irgendwas in der Open World machen, weil ihr mir einen guten Kommentar geschrieben habt, würde ich sagen. Boah, geile Werte, echt, ey. Ja, sehen wir uns hier in Raya Lucaria wieder nächstes Mal. Da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz dolle fürs Zuschauen. Ähm, und habt noch eine ganz kurze Bitte, bevor ihr wegschaltet. Wartet mal, lasst mich mal eine Sache ausprobieren. Ich habe schon Bock, irgendwie jetzt so unterwegs zu sein. Aber dann müsste ich vorher den, den Dolch einmal upgraden. Wie mache ich denn das? Ah, fuck, jetzt spiele ich doch weiter, weil ich gar nicht wissen, wie ich den Dolch upgraden kann. Ich hoffe, dass man den durch eins meiner anderen Items upgraden kann. Weil ich habe voll Bock auf diesen Dolch. Aber ich will nicht wieder Schmiedesteine farmen müssen. Ich habe ja noch andere coole Steine. Well, I took you for dinner matter it. Lay out your arms then. Äh, ja, Dunkelschmiedestein. Yes. Und jetzt brauche ich einen Dunkelschmiedestein 3. Okay. Sehr nice. Sehr nice. Uh. Wie geil. Wie geil. Oh ja. Mega gut. So Leute, aber Raya Lucaria. Wir gehen wieder hin. Dass ich ja nicht nächste Folge irgendwas anderes mache. Es muss Raya Lucaria gemacht werden. Es gibt keine andere Option. Es gibt keine Ausreden. Es gibt keine Alternativen. Es gibt nur mich. Raya Lucaria. Und Raya Lucaria. In diesem Sinne, haut rein. Und gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz tolle fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei wart. Hopp, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Und dann, gehabt euch wohl. Haut rein. Bebe. Euer Hyuga. Vielen lieben Dank.